Tafetzen, komm, du bist... Das ist wenn man auch zu viel Blödsinn machen will, ne? Hast du schon wieder gemerkt? Du bist wie ich, du bist... Du bist ein schweres Streicher und du bist... Du bist die Hand. Ich hab dich, du bist... Du bist die Hand. Schnell dich, du bist, du bist. Ich habe dich, du bist die Hand. Du bist die Hand. Das war's für heute. Das ist gut. Achtung an alle Schichtanleitern. Ihre Arbeitsweise wird permanent überwacht. Bitte zeigen Sie, dass die Stolzicht auf ihre Arbeit. Das ist gut. Kacke Ding. Energiesperre. Wo ist denn? Komm auf, komm. Da ist mal was Schickes drin. Strasenpark? Oh, schade. Erweiter der Anzug. Cool. Das hat schon gelohnt. Lohnt sich nicht immer so, Ding. So, ich werde wahrscheinlich jetzt ein bisschen Ninja reden, weil ich bin hier gerade echt. Aber Zukunftsabbau habe ich mir hier ganz konstruiert. Hey! Stopp. Oh, ich werde na. Untertitelung des ZDF, 2020 Da sind sie ja Sie müssen sich hier stellen für mich Sagen sie ihr, dass ich es nicht wollte Ross, ich bin's Finden sie sie Sagen sie es ihr Schritt 3 Schritt 3 Oh Gott Sie ist hier Warum haben sie das getan, Ross? Du Trainer, Hami How would you look? Alexis, glaub mir, ich liebe dich Ich würde nie etwas tun, was dir oder unserem Sohn schaden könnte Nach der Sitzung Sehe ich dich ständig Aber du bist so wütend So wütend Du machst mir Angst Hör bitte auf damit Oh Gott Was passiert mit mir? Bitte komm und hol mich So Das war 4.0 Das ist auch ausgeworfen Verrascht Verstehst du Und Tschüss Ich dachte jetzt, dass du einfach mal so stürmst Ich hatte es mir eigentlich schon gedacht Ich dachte, dass die jetzt Ich dachte, dass die jetzt Ich dachte, dass das noch Gesehen schon nicht passiert Das ist ein Typ Ich dachte, dass die jetzt Nein! Nein! Mein Läser! Nein! Nein! Sei still! Sei still! Der Marker! Du warst das! Du hast ihn das tun lassen! Du hast mich dazu gebracht, dass ich ihn töte! Du warst nicht mehr bei den Pfeiern, da sind wieder besser nach einer Du hast ihn in Ordnung! Du hast ihnusichtig! Ich verstehe ihn nicht! Es ist nicht mehr zuhause! Ich bin lieber mit der Zeit nicht zuhause. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Okay. Get out of here! Get out of here! Get out of here! Oh Oh Pour, 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 Pour.. I agh najle Where am I? I love you, капlings Did you shine in the glow in the empty quantities? What? Oh, dass du mich entschließt, das Gewissen ist, dass das Leben, was dir draus trägt, ist, weil du es nicht wahrhaben bist, dass ich tot bin und du dafür verantwortlich bist. Wer bin ich? Ich kenne dich nicht an. Warum kannst du mich loslassen? Du kannst mich nicht verletzen. Du bist nicht real. Du kannst mich nicht verletzen. Oh, schuldigung. Hallo? Ich hab doch eh getrickt. Toll! Oh, schuldigung. Ich bin ein Scheißer gebrauch. Ich bin ein Scheißer gebrauch. Und du, der hier so antraglich bist, wer bin ich? Jetzt sehen Sie mich an. Warum kannst du nichts loslassen? Denn du hast alles für mich bedeutet. Und wenn ich dich gehen lasse, habe ich nichts mehr. Ich gehe. Schritt 4. Akzeptanz. Jetzt bist du bereit, das hier zu beenden. Was ist denn jetzt los? Ich bin überhaupt nicht bereit. Akzeptanz akzeptiert gar nichts. Ich bin nicht gefroren. Jetzt gehe ich nicht in den Shop. Ich bin auch so im Stress, ich muss shoppen. Das ist immer gut. Ich habe eine Menge Platinen. Zwei so Dinger. 41.000. Weiter der Anzug. 36.000. Wieder Aufladezeiten verstaut. Ich habe jetzt gesehen, Kampfmann mit 20 Schlucks. 20 bis zum Panzer. Yes! Take it! Hätte ich jetzt gar nicht dritten. Gut, ich muss es benutzen. Ich bin auch gespannt, wie das Teil aussieht. Oh! 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 Ja, das finde ich gut. Ja, das finde ich gut. Boah! Mäschstuhstrahler. Wir sind bereit. für maximale Zerstücke. Ja, das ist auch gut. So, dann... in der Knie, ja. In der Knie, ja. In der Knie. So, dann schmeißen wir mal. Dann geht's ab. ... Schwammel! Für die zwölf! Eine Tötungsmaschine. Oh ja, da geht es gleich ab.